Und dann zum Vorbericht vor dem Spiel gegen Hertha PSC, morgen Abend, englische Woche. Wir fahren weit, wir fahren viel und wir verlieren jedes Spiel. Auch ein Fängesang, glaube ich, irgendwo, ist, glaube ich, bekannt. Wir sind auf Platz 6, was den Schnitt an Auswärtsfans angeht. Das ist sehr, sehr stark. Respekt an jeden, der da auswärts im VfB immer noch, muss man ja sagen, hinterher reißt, obwohl man eben nie gewinnt. Letzter Auswärtssieg war in Wolfsburg Mitte Dezember letztes Jahr. Heißt, in diesem Kalenderjahr noch kein Auswärtssieg gefeiert. Das ist der helle Wahnsinn. Nur noch eine Chance ist da, am Samstag in Leverkusen. Gladbach 3 zu 1 gegen den VfB. Ein ernüchterndes Spiel am Freitagabend, haben wir gesehen. 3 zu 1 in Gladbach verloren, das gegen auch wirklich kein besonders gutes Gladbach, muss man sagen. Am Ende unglücklich, aber nicht ganz unverdient verloren. Wieder mal nach 4 Minuten das 1 zu 0. Das ist einfach komplett lächerlich, was da hinten passiert. Anders kann man es gar nicht mehr formulieren. Dasselbe auch beim 2 zu 0. Diese Lücke in der Mitte ist halt der helle Wahnsinn. Klar, Gladbach hat die Qualität, um es auszuspielen. Aber es darf so nie passieren. Tomasch, schöne Einzelaktion. 2 zu 1. Dann zweite Halbzeit war ziemlich ereignisarm, muss man sagen. Ja, sieht auch eine Riesenchance an der 83. Sippel liegt da, kniet da, wie auch immer auf jeden Fall im richtigen Ort. Mit Glück steht es dann eben 2 zu 2. So nicht. Konter zum 3 zu 1 und am 94. oder so war das, glaube ich, offensiv einfach. Gerade in der Halbzeit 2 auch nicht mehr genügend Druck gemacht, um das 2 zu 2 zu erzwingen. Defensive bleibt aber einfach das Hauptproblem. Weil wenn du jedes fucking Spiel einem oder sogar 2 Toren hinterher rennst, ist es halt einfach für den Arsch. Ganz simpel. Das einzig Gute am Spieltag, Bochum, Hertha, Augsburg und Schalke, auch alle verloren. So ein bisschen Befreiungsschläge für Leverkusen und Wolfsburg, muss man aber auch ehrlich sein. Das sind normalerweise ja eh keine Abstiegskandidaten. Deutsche Schiris schaffen sich ab. Ja, genau so formuliere ich es auch. So alle mit einbezogen, obwohl es vor allem nur um einen Schiri geht an diesem Spieltag bei uns. Diese Überschrift quasi auch mal die Keule rausholen hier an der Stelle. Nee, ich nehme hier auch einfach alle in die Pflicht. Ist einfach so, weil es kann bei Gott so nicht weitergehen. Ich gehe natürlich gleich kurz auf die Antons-Szene ein. Ist ja ganz logisch, was es jetzt hier bei dem Unterpunkt geht. Aber es sind ja nicht nur wir. Jeden Spieltag gibt es irgendwelche Diskussionen über eindeutige Szenen, die falsch bewertet wurden. Und das mit eben Videobeweis, mit VR und mit übertrieben gesagt, alle Zeit der Welt, die sie da ja haben, eigentlich theoretisch auf dem Platz sich das anzugucken. Großes Beispiel, um auch einzunehmen, was nicht wir sind, eben Frankfurt, dieser Elfmeter, der nicht gepfiffen wurde für Frankfurt gegen Dortmund. Das grenzte ja am kompletten Wahnsinn. Oder was heißt das grenzte? Es war purer Wahnsinn, sagen wir es doch einfach so. Bei uns am Freitag hätte es nicht nur aus meiner Sicht, aber auch aus meiner Sicht Rot geben müssen für Benze Baini. Auch der beste Schiedsrichter in Deutschland, der leider nicht mehr pfeifen darf, wegen der super tollen Altersregel. Bewertet diese Szene nun auf Twitter, hat sie bewertet. Da zitiere ich mal raus und damit ist eigentlich auch das Thema abgehakt eigentlich, weil genau so sehe ich es auch eigentlich. Vor der Ausführung des anschließenden Eckstoßes hält Anton Benze Baini fest. Dieser löst sich nur mit dem rechten Arm, holt aus und schlägt ihn mit dem Arm. Der Unterarm trifft mit höherer Intensität Anton am Kinn. Arm ist auch unter Spannung mehr Wucht und danach nachschwingend weniger bedeutsam am Körper. Tor, gelb für Anton für das Halten und rot für Benze, aber eh nicht für das Schlagen in Beilruhe wäre korrekt. Wie gesagt, damit glaube ich genug gesagt zu der Szene. Absteigerstatistiken. Wir holen mal ein paar schöne Statistiken raus. Achtung, könnte ein bisschen wehtun, aber sind wir ja gewohnt. Acht, mhm, acht Gegentore in den ersten 15 Minuten. Vier weitere zwischen der 16. und 30. Minute. Das ist einfach komplett bodenlos. Das ist die Hälfte unserer gesamten Gegentore. Wir haben jetzt 24 Tore gefangen. Denn das Traurige daran ist halt, es ändert sich nicht. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Interpretiere ich einfach mal raus aus den Aussagen nach dem Spiel rund ums Spiel, weil die sind auch selbst ratlos. So nach dem Motto, wenn wir wissen würden, woran es liegt, dann würden wir es ja abstellen können. Scheint nicht der Fall zu sein. Macht mir nicht wirklich Hoffnung. Es sind nun 28 Heimspiele in Folge mit mindestens einem Gegentor. Den Rekord bauen wir weiter, weiter aus. 15 Aussage-Spiele ohne Sieg. Oben schon vorhin schon angesprochen. Und zum Schluss noch Understat. Ist so eine Plattform, die schön mit erwartbaren Tonen, also Expected Goals und eben auch erwartbaren Punkten, also Expected Points arbeitet. Und auch gerade das tut weh und stützt mich eben auch darin, dass wir eigentlich besser gespielt haben, als es eben die Punkteausbeute sagt. Am Ende schaut man auf die erwartbaren Punkte nach Leistung. So wird das, glaube ich, gemessen. Sind wir auf Platz 10. Hätten wir 17,78 Punkte zu erwarten, also 18 Punkte zu erwarten. Aktuell haben wir nur 11 auf dem Konto. Und das ist krass ja auch hier. Wir sind nach Schalke das Team, das den größten Unterschied hat. Bei uns sind es ja 7 Punkte Unterschied. Was passiert auf der Trainerbank? Das wird die Frage sein, ab Samstag so um 17,20 grob. Dann ist eben das Spiel in Leverkusen vorbei. Es geht in die lange Pause. Und eben auch das Thema Wimmer bis zur Pause ist dann durch. An und für sich durch. Also natürlich die Chance besteht, dass er bleibt. Aber die Spiele sind durch. Die Deadline quasi kommt dann. Was machen wir mit dem Trainer? Spieler scheinen sich auszusprechen für ihn. Laut Berichten, man gewinne auch für ihn, stand hier zum Beispiel bei der Bild. Die Frage aber ist eben, sollte er bleiben? So ist es für mich natürlich logischerweise sehr davon abhängig, wie jetzt Hertha und Leverkusen noch laufen. Auch wichtige Duelle, gerade Hertha. Denn bisher die wichtigen Spiele, Bochum, Augsburg hat er gewonnen. Schöner kann der Sieg im Pokal noch gefeiert. Die Pflichtheim-Siege mitgenommen, muss man ihm anrechnen. Ist wichtig, war stark. Schlechtes in Dortmund und unglückliches Spiel in Gladbach auswärts. Kommt aber einfach auch generell davon, dass wir auswärts das gesamte Jahr nichts geholt haben. Also logischerweise kann man sich ihm anhängen. Aber es ist ja nicht so, als wäre es davor nicht eh schon so gewesen. Als wäre es ein neues Problem, dass wir auswärts nicht punkten. Alles also von mir aus ganz okay von den Ergebnissen her, was da so bei rumkam, finde ich. Allerdings bleibe ich dabei, dass du eben unter ihm mit Wimmer als Person einfach keinen neuen Impuls setzen kannst. Habe ich schon in anderen Videos gesagt. Es ist halt der langjährige Co-Trainer von Rino, von Matarazzo. Also der Fußball hat sich auch nicht groß geändert im Vergleich zu Matarazzo seit seiner Freistellung. Das große Problem eben auch vorhin angesprochen. Die Defensivprobleme, die bekommt er offensichtlich nicht unter Kontrolle. Egal unter welchem Trainer, Matarazzo, Wimmer, klappt nicht. Vielleicht brauchst du da einfach einen neuen Trainer mit neuen Ideen, mit neuen Impulsen. Generell vielleicht auch nicht mehr diese Komfortzone für unsere Spieler. Weil man kennt diese Aussagen von denen nach dem Motto, er kennt uns, weiß, wer mit uns umzugehen hat und so weiter. Ist ja schön, dass das passt, zwischenmenschlich, aber vielleicht im Abstiegskampf ein bisschen zu viel Betüttelung. Kann ich aber auch so nicht bewerten. Mal sehen eben jetzt, wie die Mannschaft gegen Hertha und gegen Leverkusen antritt. Borna Sosa hatte ich schon im letzten Vorbericht überlegt, ihn zu erwähnen. Wegen der Leistung gegen Augsburg war sehr stark. Spielt sich gerade in eine gute Form vor der WM mit Kroatien. Letzten Winter ist er geblieben, wissen wir ja, obwohl es scheinbar Angebote gab, um eben mit uns erstmal den Klassenhalt zu sichern. Hat noch Vertrag bis 2025 bei uns. Daher auch eine gute Verhandlungssituation für uns. Im Sommer gab es noch die Absprache mit diesen 25 Millionen grob. Die ist aber scheinbar auch laut den Berichten eben im Sommer abgelaufen. Also diese Absprache gibt es nicht mehr. Würde mir auch aktuell tatsächlich, weil er auch den Marktwert hat und den Vertrag noch hat, ein bisschen mehr als diese 25 Millionen erhoffen. Bleibt eher Richtung 30, ein bisschen drüber. Weil, das ist das Thema von dem Unterpunkt hier, ich glaube schon, dass er natürlich irgendwann seinen nächsten Schritt machen wird. Jetzt hat er seine Berateragentur gewechselt erst vor ein paar Tagen. Ist nun bei ICM Stellar. Witzig da, Reschke ist da der Head of European Football, lustigerweise. Und es ist definitiv keiner, der auf Krampf wechselt. Böse Zungen, vielleicht auch meine böse Zunge, sagen da jetzt vielleicht Kalaitis und Mangala. Wenn man sich auch die Premier League Situation anguckt. Beide in den Premier League gewechselt. Beide Klubs gerade auf dem letzten und vorletzten Platz. Das läuft bisher super. Aber wenn eben so seine gute WM spielt, kann der den VfB noch so sehr leben und lieben. Der wird eben seinen Wechsel machen. Die Frage ist, ob er schon im Winter geht. Mal gucken. Aber im Sommer dann wahrscheinlich weg, wenn er eben diese Form bestätigt. Deswegen ist er Sosa-Punkt hier. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch schon dieser Wechsel mit der Berateragentur da irgendwie eine Linie vorgegeben, wo es hingeht. Rückrundendauerkarte für Mitglieder. Hier gibt es eine Rückrundendauerkarte für die, die jetzt nach diesen grandiosen Ergebnissen bisher richtig Bock haben noch auf eine Dauerkarte dann doch für die Rückrunde. Für die letzten neun Heimspiele vom VfB kommen, die sich holen. Argument ist hier logischerweise eher auf der Stimmung im Stadion, auf der Atmosphäre als auf die Ergebnisse aktuell. Muss man ja so ganz klar sagen. Unter anderem sind es eben Heimspiele gegen die Bayern, gegen Dortmund und Gladbach dabei. Muss aber sagen, es ist ehrlich einen Tacken teuer, würde ich fast sagen. Es sind ja grob die Hälfte der Heimspiele der Saison. Billigster Sitzplatzbereich kostet 270 Euro im Vollpreis. Hab ja auch eine Dauerkarte, aber eben für die gesamte Saison für 17 Heimspiele. Und hab für genau dieselbe Kategorie, also Kategorie Sitzplatzbereich, Cannstatt der Kurve, 355 Euro gezahlt. Und so zahlst du halt vor der Saison für 17 Spiele 355 Euro. Und jetzt für die Rückrunde zahlst du für neun Spiele 270 Euro. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Hertha BSC, unser Gegner, punktgleich mit uns da unten im Abstiegskampf. Und auch Probleme mittlerweile, oder ja, Probleme diese Saison vor allem, die wir auch kennen als VfB. Die Hertha ist eine, würde ich schon sagen, deutlich andere Härte als noch letzte Saison. Und der Sandro Schwarz hat sich einiges verbessert. Gerade fußballerisch war es letztes Jahr ziemlich, ziemlich übel. Auch wenn sie drin gehalten haben und unter Maggat ein paar Siege gefeiert haben und eben eine Relegation noch gepackt haben im Rückspiel. Schön war das ja alles nicht. Das sieht in der Saison schon deutlich ordentlicher aus, was da auf dem Platz so passiert. Allerdings, das ist eben das Problem, was wir auch kennen seit nun ja, ja eigentlich Jahren muss man sagen. Sie holen zu wenig Punkte dafür, wie sie spielen. Auch nur elf Punkte. Wegen Torverhältnissen sind sie vor uns aktuell. Und wenn sich sowas eben über lange Zeit einstellt, wie bei uns, ja, dann steckst du eben auch länger da unten drin. Wenn du sich einfach nicht belohnst und die Punkte nicht mitnimmst, bleibt man in dieser Spirale stecken so ein bisschen. Und es ist tatsächlich dann morgen Abend das Duell zwischen Platz 16 und Platz 15. Aufstellung. Die PK war heute um 14 Uhr. Der Kader sollte es soweit stehen eigentlich. Gab ja nur krankheitsbedingte Ausfälle am Freitag hauptsächlich. Tippe auch, man war nochmal noch nicht ganz ready für eine Startelf. Es gab ja eine Einwechslung in Gladbach vor vier Tagen. Millionen Kudibali hatten muskuläre Probleme, konnten aber wieder trainieren. Ito und Zagadou konnten auch wieder trainieren nach der Krankheit, eben am Freitag deswegen ausgefallen. Liegt nun am Abschlusstraining, wie es aussieht, ob wir wirklich komplett aus dem Vollen schöpfen können. Silas war wegen der Formelchener Startelf. Fand ich in Ordnung. Tomasch hat es gut gemacht und eben in einem 4-2-2-2 gespielt. So auch jetzt wieder. Mein Tipp Müller, Dinos, Anton, Ito, Sosa, Endo, Ahamada, Führig, Tomasch, Gerasi und Pfeiffer. Prognose, so oder so, dieses Spiel ist zu genießen. Also soweit es geht zu genießen, natürlich nach Spielverlauf und allem. Aber das Spiel morgen Abend 20.30 Uhr ist zu genießen. Es ist nämlich das letzte Heimspiel für zwei Monate. Das nächste erst am 21. Januar 2023, im nächsten Jahr gegen Mainz. Mal kurz nochmal hier vorstellen. Das ist eine ganz schöne Weile, die durch WM-Pause jetzt flöten geht. Gleichermaßen ist es aber natürlich wieder mal ein unnormal wichtiges Spiel. Ein Pflichtsieg zu Hause, ein Heimspiel gegen den punktgleichen, direkten Konkurrenten. Sechs-Punkte-Spiel. Alle Formulierungen passen. Und der Rest unter uns hat eben auch Chancen zu punkten an einem Spieltag, würde ich sagen. Dadurch umso wichtiger. Bochum spielt gegen Gladbach zu Hause, Schalke gegen Mainz zu Hause. Heimspiele gegen auch Teams, die jetzt in letzter Zeit nicht so formstark waren. Köln gegen Leverkusen auch noch interessant. Wobei, wie gesagt, Leverkusen eigentlich nicht der Kandidat, aber eben interessant zu sehen, weil wir am Samstag auf Leverkusen treffen natürlich. Heimspiel gegen Hertha ist eine ganz gute Serie da eigentlich. Wir haben seit 2014 nicht mehr verloren. Oft aber leider dumme Unentschieden geholt. Zu wenig mitgenommen in den Heimspiel gegen die Hertha. Aber das wäre auch zu wenig morgen. Also Unentschieden natürlich besser als Liederlage. Ganz klare Geschichte. Jeder Punkt ist wichtig. Aber morgen muss der Sieg her. 42.000 Tickets sind verkauft. Und hier Schnitt für den Dienstagabend. Das passen ja eh nicht allzu viel mehr. Also 46.000 rein aktuell. Tippe auf ein ähnlich enges Spiel wie gegen Augsburg. Natürlich das Thema, fangen wir uns wieder schnell das Gegentor oder nicht. Wird mal alles abwarten. Ich würde viel Geld drauf setzen, dass wir es wieder tun. Einfach weil wir zu blöd sind gerade da hinten. Tippe trotzdem wie auch gegen Augsburg. Bei so engen Spielen immer der Klassiker-Tipp. 2 zu 1 Heimsieg. Auf geht's. Es muss so. Könnt gerne abstimmen im Community-Tab. Sieg und Niederlage. Wisst ihr Bescheid. Und natürlich eure Meinung in die Kommentare. Hier haben wir immer noch der gesamte Spieltag getippt. Wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Spieltag natürlich heute Abend. Gerne einschalten. Auf Twitch rüber gehen zu Felicio. Wie schon vor dem Rückspiel in der letzten Saison-Rückrunde. Streamen wir da kurz ein bisschen über das Spiel. Quatschen ein bisschen ab 21 Uhr bei ihm auf Twitch. Gerne vorbeischauen. Bedankt für's Zuschauen. Lasst gerne das kostenlose Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.